An den Robotern finde ich faszinierend. Man programmiert die Roboter, man testet sie und auch das, was man halt programmiert hat, man sieht es innerhalb von fünf Minuten, ob es funktioniert oder nicht funktioniert. Die Firma Robotics programmiert seit knapp über elf Jahren Industrieroboter. Also der Kollege neben mir heißt Sawyer und gehört zur Firma Resync und ist ein Leichtbauroboter, ein kollaborierender Roboter. Wenn ein kollaborierender Roboter ein Mensch wäre, dann wäre er gut gelaunt, immer fleißig und aufmerksam. Also bei uns ist es besonders, dass jeder Mitarbeiter nicht nur ein festes Thema hat, sondern jeder Mitarbeiter ist auch wirklich für das Gesamtsystem verantwortlich. Also unser Team fühlt sich in unseren Büroräumen wirklich wohl, weil wir dort eine Umgebung geschaffen haben, um dort optimal arbeiten zu können. Wir haben ein flexibles Arbeitsplatzsystem. Wir haben unser komplettes Gebäude mit Hometic automatisiert. Das heißt also, sämtliche Räume werden Lichter, Steckdosen werden halt wirklich auf den jeweiligen Arbeitsplatz zugeschnitten und auch das sind dann halt solche Themen, wo man sich halt gerne beschäftigt, weil wir alle eigentlich kleine Spielkinder sind.